Hier oben? Da kann ich es sicher nicht mit. Das war diese Höhle nie. Da brauche ich die Steigeisen, um mich hochzukommen. Die Höhenlinien sind auf Karten immer wie volksverteilt. Je weiter sie auseinander sind, desto flacher ist das Gelände. Je näher sie beieinander liegen, desto steiler wird es. Und schaut genau an. Die grüne Fläche, das ist Wald. Einzelne grüne Punkte sind vereinzelte Baumgruppen. Und die grauen Punkte, das ist Gröll.